um jetzt mal die weekend league review passieren zu lassen so wir hatten relativ gut angefangen 9 0 standen wir dann kam der erste der wirklich gut gespielt hat und hat auch verdient gewonnen so dann standen wir 9 1 dann haben wir uns hoch gespielt auf 14 1 dann kam der zweite das ging knapp aus war okay 14 2 so dann fing es an dann haben wir fünf mal haben wir beziehungsweise wir haben zweimal den gleichen abbruch cheater bekommen das war jemand der mit time finish jeden schuss grün timet und in der 90 minuten stand 6 zu 7 für uns er disconnected mich in der 90 minuten so sieg hat nicht gezählt drei spiele später kommt der gleiche typ wieder wir schießen in der 30 minuten 1 zu 0 wissen dass er cheater halten den ball er disconnected mich wieder zweiter sieg der nicht gezählt hat dann haben wir weiter in zwei siege geholt ohne probleme standen wir 16 zu 2 dann haben wir drei drei abbruch cheater hintereinander bekommen wir haben gegen jeden haben wir mindestens 2 0 geführt die haben mich alle disconnected mir wurden diese wiegen liegt fünf siege einfach geklaut wir hatten locker rang 2 wenn ich sogar rang 1 holen können einfach einfach verkackt und jetzt kriegen wir dann natürlich den letzten in den letzten zwei spielen wir müssen beide gewinnen kriegen wir natürlich einen wo wir 6 7 verlieren der jeden ball kontakt ball rolle macht und sich irgendwie durchlagt und was weiß ich was okay somit stehen wir 16 16 3 haben wir die wiegen liegt mit 16 3 beendet anstatt anstatt einfach mit 18 2 anstatt einfach mit 18 2 weil uns einfach fünf siege geklaut wurden so frech wie es ist es wurden uns einfach fünf siege geklaut richtig dreist super leistung egal nichtsdestotrotz wir gehen jetzt in die pecs rein 84 plus dreimal und zwei bundesliga trotz und dann ein tradable bundesliga trotz pack wir werden sehen was rauskommt jetzt fucking go perfekt 84 plus pack wir kriegen nur 84 optimal super leistung hat sich direkt gelohnt nix der bruch ist so hart ja egal nächstes nächstes wird drin da wird was drin sein 87er sag ich doch sag ich doch super super wenigstens bundesliga spieler und jetzt zwei bundesliga trotz sané lakwa kulumani irgendwelche die nur 50k wert sind füllkrug stimmt let's go let's go ja 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 frimpong ist super würde ich auch direkt ein wechseln super leistung frimpong egal wir haben wir haben noch ein pack und wir haben noch eine spielerwahl da wird noch was drin sein safe call für den bruch den wir uns wieder angetan haben wird da wird auch safe was drin sein mhm ja super leistung egal das pack das pack das wird richtig gut sein das pack wird richtig gut sein ist okay kimmich ist okay oder was ist daran okay wer ist nichts wert also sorry es gibt so gute spieler bei der bundesliga trotz auswahl und und ach digga er sagt es okay bundesliga trotz drei spieler pack let's go was ich erwarte irgendwas spielbares was vielleicht angenehm ist mal was anderes als immer diesen schmutz der man kriegt und egal mit deinem scheiß füllkrug kein mensch will füllkrug für 50k oder komm let's go kulumani 92er ist der beste das heißt es wird nichts dahinter kommen was irgendwie geld bringt es wird nichts dahinter kommen was irgendwie geld bringt und dafür tun uns die scheiße jede woche an oh lakar wie viel ist der wert 70k 69 59 55 absoluter müll absoluter müll und das war wieder die weekend league wo wir so hart reingeschwitzt haben für nichts einfach für nichts dicker das ist oder es sind nicht nur die rewards es ist schon wieder der ganze weekend league tag der mich schon wieder so tiltet dass dann die rewards natürlich genauso scheiße sind ist selbstverständlich ist das ist klar denke ich mal aber es hätte wenigstens ein bisschen einen hauch von positiven vibe geben können hat es natürlich nicht was erwarte ich auch ja ist super gewesen ist super gewesen naja auf jeden fall schaut rein wir zocken die weekend league jede woche schauen tun uns den tilt auf jeden fall jede woche an auf twitch all for the game erster link in der infobox und ja lasst doch ein like da abo ist natürlich kostenlos vielen dank bis zum nächsten mal haut rein